Egal, wie traurig du gerade bist, egal, wie müde du gerade bist, du bist nicht bereit aufzugehen und das bin ich bis heute nicht. Alles nur auf das Wachstum zu begrenzen, ist mir zu trivial, weil Unternehmen sind wie Familien und das ist ein Organismus und der lädt. Und wenn ich nur sage, wir müssen wachsen, wachsen, diese alten Motivationssprüche, ich kann sie kaum mehr hören, ja, alles wächst, wenn du viel erreicht hast, du hast viel nicht hoch genug. Also wenn ich das höre, kann ich nicht so viel essen, wie ich brechen möchte, weil es viel mehr Faktoren gibt, außer nur Wachstum. Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie zu unserem Leadership Special in Kooperation mit Reunion Sachsen, einer Initiative der IHK Chemnitz. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Anderwuth und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und jetzt sind wir ja aktuell in unserer Leadership Serie, in unserem Leadership Special, dass wir gemeinsam in Kooperation mit der Reunion Sachsen eine Initiative der IHK Chemnitz produzieren. Und ich begrüße heute ganz besonders, leider nicht im Studio bei mir, aber zumindest mal im virtuellen Studio bei mir, ganz, ganz herzlich Daniela Ben Said, die ja über 30 Jahre Erfahrung mitbringt als Unternehmerin, Autorin von über elf Büchern und wirklich eine der meist ausgezeichnetsten, man sieht es ein bisschen sogar im Hintergrund für alle, die uns zuschauen, Speakerin, Vortragsrednerin, die wir in Deutschland haben. Du hast deine Firma auch verkauft vor kurzem und startest jetzt nochmal eine neue Reise, ganz wortwörtlich, aber darauf kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Also erstmal herzlich willkommen, Daniela. Vielen Dank, schön dir sein zu dürfen. Dankeschön. Ja, freut mich. Daniela, nochmal ganz kurz zu dir. Ich habe es gesagt, 30 Jahre unterwegs knapp und du hast wirklich als Speakerin, Unternehmerin, Coach, so viele Menschen inspiriert auf deiner bisherigen Reise. Hast auch elf Bücher geschrieben. Ich glaube, es gibt auch quasi keinen Fernsehkanal in Deutschland, auf dem du nicht mal irgendwie präsent warst. Ja, schon noch. Ja, es sind noch ein paar übrig, aber es gibt auch mittlerweile sehr viel, das muss man auch sagen. Ja, genau. Du hast wirklich zahlreiche Auszeichnungen und hast jetzt einen neuen Lebensabschnitt begonnen, die Firma verkauft. Und ja, ein ganz, ganz wichtiges Thema in deiner bisherigen Arbeit hat immer das Thema Menschen und Tiere gespielt, beziehungsweise Grundpfeiler der Natur, die du mitgenommen hast. Da bin ich gleich mal gespannt nochmal, was du unseren Zuhörern und Zuschauern da nochmal mitgeben kannst an der Stelle. Und das Thema Neugier habe ich im Vorgespräch mitgenommen. Ist ein ganz, ganz wesentlicher Antrieb für dich. Aber starten wir doch einfach mal direkt rein und starten mal auch mit Tieren. Denn die Veranstaltung, auf der wir uns dann sehen, Ende November in Chemnitz, heißt ja auch der Elefant im Raum oder im Kammersaal an der Stelle. Aber welchen Elefanten im Raum gibt es denn, wenn es um das Thema Führung geht und wenn es vielleicht um das Thema Freiheit und Selbstverwirklichung von Unternehmern geht? Okay, ganz spannende Frage. Der Elefant im Raum der Führung ist aktuell ja das Thema, dass sich eigentlich kein Chef mehr traut, richtig konsequent und klar zu führen. Weil es dann immer heißt, ja, wenn ich zu streng bin, dann feiern die Mitarbeitenden entweder krank oder sie gehen und dann kriege ich ja keine neuen. Also der sehr große Elefant im Raum ist, kann ich heute eigentlich noch führen? Kann ich eigentlich noch konsequent, schrägstrich streng sein? Und darf ich eigentlich noch ich sein? Darf ich als Chef, Chefin eigentlich noch sagen, was ich brauche, um gut führen zu können oder auch um mich wohl in meiner Firma fühlen zu können? Und das ist so das, wo alle drumherum eiern, um jetzt mal die Hühner ins Spiel zu bringen und keiner traut sich zu sagen, also es geht nicht anders. Führung braucht einen Leader, eine Leaderin und braucht klare Grenzen, braucht Konsequenz. Das mit Tieren nicht anders. Jeder, der einen Hund zu Hause hat, weiß das. Und auch wenn wir Kinder haben, wir brauchen schützende Verbote, wir brauchen klare Linien und da trauen sich im Moment viele nicht mehr ran. Das ist eigentlich schade. Absolut, ja, ein ganz, ganz großes Thema. Genau, dann versuchen wir sozusagen alle in Watte zu packen und hoffen dann einfach, dass das dann irgendwie besser wird. Aber am Ende des Tages... Ja, ja, am besten keine Bundesjugendspiele mehr, damit wir auch ja das Thema Leistung an die Seite schieben. Und dann wird es irgendwann schwierig, wenn wir über Wirtschafts- und Unternehmensstrategien sprechen. Absolut, da bin ich gerade bei dir. Meine Tochter fünf Jahre, die hat ihr erstes Fußballspiel jetzt am Wochenende. Also mehr Wettbewerb, als ich den da jetzt im Moment bei den kleinen Mädels sehe. Also wenn man den jetzt irgendwie abdreht, das wäre irgendwie schlecht. Und also das finde ich eine gesunde Leistungskultur. Ja, finde ich auch. Aber vielleicht kommen wir nochmal, du hast die Tiere ja schon angesprochen und hast ja selbst auch in der Vergangenheit sehr, sehr stark sozusagen damit auch gearbeitet. Was können wir denn in Sachen Führung von Tieren lernen? Also im Grunde weiß ich da gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir müssen nur mal in die Natur gucken, wie es funktioniert. Es gibt das Gesetz des Stärkeren. Ich weiß, das hört sich total unpopulär an. Und bei Facebook geht auch immer so ein Video rum, dass der starke Wolf ganz hinten ist und auf den Schwachen aufpasst, was einfach nicht stimmt. Natur ist gnadenlos. Und der Schwächere im Wolfsrudel zum Beispiel verlässt seinen Rudel, um das Rudeln nicht zu schwächen. Genau, so machen das auch kranke Tiere in anderen Tierrudeln. Also fangen wir mal vorne an. Was können wir von Tieren lernen? Das Erste ist, nehmen wir mal ein Bild, was die Mensch-Tier-Kombination macht, nämlich eine Kutsche. Also wenn du als Chef, Chefin, Kutscher, Kutscherin bist und du hast da eine Pferde, dann musst du sie pflegen. Du musst sie einen Namen geben, du musst sie füttern, du musst sie motivieren. Und kein Chef auf dieser Welt würde auf die Idee kommen, aus dem sechsspändigen Kutschzug ein Pferd rauszunehmen, auf die verbleibenden fünf mehr draufzukloppen. Das wäre ein Führungsfehler. Aber wenn du mit sechs Pferden, also mit quasi knapp 6000 Kilo vor dir unterwegs bist, kannst du auch nicht an jeder Kreuzung sagen, wo möchtet ihr jetzt langgehen, sondern du gibst die Route vor. Das ist so diese Kombination aus klarer Führung, ich gebe die Route vor und Mitarbeitenden Motivation, Mitarbeitenden Marketing, nämlich ich kümmere mich um euch. Auf der anderen Seite dürfen wir uns von Blockaden als Führungskraft auch nicht beeinflussen lassen. Das heißt, wenn mein Pferd da vorne sagt, ich habe heute gar keine Lust und wann soll ich das eigentlich noch schaffen und wo genau muss ich das eigentlich hinstellen? Wenn dann der Kutscher jedes Mal runtergeht und dem Pferd erklärt, wo es das hinstellen soll und warum es total toll wäre, wenn es heute arbeiten würde, dann wäre das ungefähr sinnbildlich so, als ob es sich das Pferd auf den Kutschbox setzt und der Kutscher sagt, na komm, wenn du es nicht kannst, zieh es selbst. Und das ist das, was wir oft in der wirtschaftlichen Realität erleben, dass die Führungskräfte nicht mehr bereit sind zu sagen, nee, diskussionsfreier Raum, wir gehen jetzt da lang. Und ich betone immer, es braucht einen diskussionsfreien Raum und einen spielenden Raum, also einen Marketingraum für meine Pferde in diesem Sinne, also für meine Mitarbeitenden. Es darf nicht nur das eine sein, denn ein Pferd, das ich nur prügele, wird irgendwann nicht mehr laufen. So ist es natürlich auch mit Menschen. Wenn wir dann weiter in die Natur gucken, dann gilt eben auch, lass uns gewinnen. Also bei Tieren ist das, wir müssen unser Futter haben, wir müssen gewinnen und ich finde Leistung, Gewinnen und auch Erfolg darf wieder sexy sein. Und wir dürfen uns erlauben, dann nochmal zu sagen, zum Beispiel in einer Firma, wenn wir mal das Sinnbild nehmen, 100 Prozent sind meine Mitarbeiter, also zehn Mitarbeiter, davon sind zwei immer richtig gut, sechs neutral und zwei schwach. Dann kann es doch nicht sein, dass ich für die zwei Schwachen da unten mein ganzes Rudeln schwäche. Das muss dann so sein, dass ich denen da unten, also in dem Bild jetzt, den zwei Schwächeren, faire Chancen gebe, sie entwickle. Aber wenn sie dann nicht wollen, dann muss ich mir auch trauen, sie einmal wegzubeißen und zu sagen, okay, schade, du passt in unser Team nicht. Denn ich als Rudelführerin muss auf meinen Rudel achten. Und als Chefin heißt das, oder auch als Chef, das bedeutet, was ist sozialer? Wenn du die Schwachen immer mitziehst und dann vielleicht Gefahr läufst, dein ganzes Unternehmen in eine wirtschaftliche Schieflage zu bringen, oder ist es sozial und fair zu sagen, ich trenne mich von denen, die nicht mitziehen wollen, egal ob schwach oder nicht wollen, das lassen wir mal außen vorstehen, und schätze dann die acht Verbleibenden, um die in Sicherheit zu biegen. Dann frage ich immer, welches Modell ist sozialer? Und ich glaube, das dürfen wir uns aus der Natur wieder abgucken. Die Natur ist hart und ich finde, uns würde es gut zu Gesicht stehen, wenn wir auch wieder ein bisschen mehr Klarheit hätten in den Dingen, die wir da tun. Absolut und ein bisschen mehr Ehrlichkeit, denn am Ende bringt es vielleicht auch die, die in dem Kontext meines Unternehmens dann heute schwach sind, aber die in einem anderen Kontext vielleicht wunderbar funktionieren und sich da viel mehr entwickeln können. Oder sie lernen eben auch, wenn dann mal ein Chef, Chefin konsequent ist, wenn ich einen Job in Sicherheit haben möchte, muss ich mein Verhalten ändern. Also es ist genau so, es geht nicht darum, jemanden zu diskreditieren in der Härte, sondern einfach darum zu sagen, zu mir passt du nicht und vielleicht hast du woanders eine Chance oder diese Konsequenz ist jetzt auch eine Chance für dich. Beides ist möglich, genau. Ja, absolut. Jetzt hast du selber ja persönlich auch 30 Jahre auch dich selbst natürlich stark führen müssen. Du warst sehr, sehr häufig auf einer Bühne. Das verlangt ja auch wahnsinnig viel ab, wahnsinnig viele Reisen auch in den vergangenen 30 Jahren und elf Bücher schreiben. Ihr habt nur eins geschrieben, das nächste überlege ich mir gut. Also von daher meinen absoluten Respekt hast du da. Aber was waren für dich so Meilensteine auf diesem Weg, wo du sagst, ja, die haben mich auch irgendwie geprägt und die haben mir auch gezeigt, dass der Weg, den ich da eingeschlagen habe, vielleicht auch der richtige ist? Hui, auch das lässt sich nicht sehr kurz beantworten. Es waren so viele Meilensteine. Also ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen und habe sehr viel Lästern und Alleinsein erlebt in meiner Jugend. Da ist dann der Weg zu den Tieren gekommen. Und es gab auch tatsächlich die Phase in meinem Leben, wo ich einfach nur reich sein wollte. Ich wollte ganz niedriger Beweggrund. Ich wollte Geld haben. Ich wollte nicht mehr in billigen Klamotten rumlaufen. Ich wollte große Autos fahren. Diese Phase gab es auch. Aber könnten wir jetzt sagen, mal das große Leben, dann machen wir das mal ein bisschen wertneutraler. Ja, genau. Ja, ich sag das ruhig so, weil ich finde das auch nicht schlimm, wenn man sagt, ich habe Bock auf Reichtum. Auch das dürfen wir uns erlauben. Und ich hatte einfach Bock auf Reichtum. Und ganz ordinär viel Geld wollte ich haben. Das Ganze ging dann, und das war wohl das Prägendste. Ich habe ja mit 15 Quadratmetern im Keller meiner Eltern angefangen. Ich habe vor der Schule geputzt. Also ich scheue mich auch vor keinem Job. Ich habe für drei Mark 50 Stunden gearbeitet. Und dann hatte ich meine Firma gegründet am 01.01.98 und habe dann es wirklich geschafft, auch Karriere zu machen. Und dann kam das, was für mich bis heute das Prägendste ist, die Gefahr von Erfolg ist, dass du denkst, dass du unbesiegbar bist. Und das hatte ich. Ich hatte ja nichts zu verlieren, so war ich auch auch mutig, bin immer gewachsen. Das Gipfelte 2011, 12, 13 war ich unfassbar erfolgreich. Wahnsinnig viel Geld verdient. Habe mir natürlich auch die teuren Autos, Uhren und Klamotten gekauft. Habe aber auch meinen Bauernhof gekauft, auf dem ich mit über 70, teils aus schlimmsten Verhältnissen geretteten Tieren lebe. Habe mich auch immer für Bedürftige eingesetzt, aber das nur am Rand. Und dann kam ein Investor auf mich zu und sagt, Dani, wir machen aus deiner Firma 7 Millionen Unternehmen. Und ich dachte, ich bin unbesiegbar. Habe ich diesen Investor mit in meine Firma genommen. Und das war der schlimmste unternehmerische Fehler, den ich je begangen habe. Denn ich habe mich verloren. Ich habe meine Kunden verloren, weil ich gar nicht mehr ich war. Es gab nur noch höher, schneller, weiter. Auf einmal musste ich nur noch Business Class fliegen, weil wer fliegt denn Economy? Also ich war auch richtig blöd, muss man einfach sagen. Ich war eine richtig arrogante Kuh. Ich war nur mit diesen ganz super Reichen zusammen und habe gedacht, ich gehöre da jetzt auch zu, obwohl ich mich da eigentlich gar nicht wohlgefühlt habe. Make a long story short, ich bin mit meiner Firma richtig abgeschmiert. Und dann kamen die Umsätze nicht mehr rein, dadurch blieben die Gewinne aus, der Investor war sauer. Und es gipfelte dann darin, dass er mir irgendwann eine E-Mail schrieb, ich bring dich in den Knast und schick dir einen Kuchen. Und das war einer der schwersten Momente meines Lebens, weil ich dachte, ich verliere alles. Und mein Horrorbild war, ich verliere alle meine Tiere. Und das war knapp. Das waren sehr dunkle Stunden. Und ich habe es dann mit ganz vielen Bankgesprächen geschafft, dass die Bank mir über eine Million zur Verfügung stellt, damit ich mich freikaufen konnte. Diese Million zahle ich heute noch ab im Übrigen, noch drei Jahre. Und dann war ich wieder frei und musste mich ganz schön wieder hochackern. Das war das Prägendste für mich. Und dadurch habe ich gelernt, glaube nie, dass Erfolg dich unbesiegbar macht. Und mir ist meine Oma bewusst geworden, sie hat mir immer beigebracht, und ich hatte es eine Weile vergessen, hat den Kopf in die Wolken und die Füße am Boden. Und ich glaube, ich hatte den Kopf in den Wolken, aber die Füße nicht mehr am Boden. Und das war insofern vielleicht der notwendige Schlag auf dem Kopf, um zu sagen, so, bleib mal, finde dich mal. Und es war für mich gut, auch wenn ich es bitte nicht nochmal möchte. Ich habe dem lieben Gott immer gesagt, okay, lesson learned, reicht jetzt. Aber es war für mich gut, wenn heute jemand kommt und sagt, ich bring dich nach ganz oben und sag, du, da, wo ich bin, ist super. Aber deswegen habe ich auch keine Lust mehr, noch mehr zu machen, noch mehr Karriere. Ich fahre jetzt ein 13 Jahre altes Auto und bin da auch happy mit. Und ich gehe in Chucks auf die Bühne, die 20 Euro kosten. Aber das war ein Prozess, den ich lernen musste. Und diese Entwicklung, wie sagt man so schön, von einer Raupe zum Schmetterling, das hat gedauert und tat auch weh. Ja, genau. Ich glaube auch immer, das muss wehtun, weil wenn man immer nur die Treppe nach oben fällt, dann ist irgendwann... Wachstumsschmerzen, ja, ja, genau. Ja, genau, so Wachstumsschmerzen. Aber jetzt übertragen wir das mal vielleicht auch andere Unternehmer in ihren Unternehmen. Da ist immer gut gelaufen, das lief von selbst und plötzlich kommt man in, dann struggelt man. Dann plötzlich brechen die zwei, drei großen Kunden weg, die gehen in Insolvenz, es sind wirtschaftlich schwierige Zeiten, dann laufen die Mitarbeiter nicht mehr mit. Und dann macht das ja auch was mit dem eigenen Selbstbewusstsein, weil der eigene Modus, den du dann hattest, plötzlich funktioniert ja nicht mehr. Wie hast du das, also du hast jetzt gesagt, du hast es finanziell gelöst. An der Stelle und hast da Gespräche geführt. Aber was hat das mit dir persönlich gemacht? Wie hast du persönlich sozusagen die Kurve gekriegt? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, vor allen Dingen auch zum Learning für andere. Wir sprechen immer so schön von der Plus-Motivation, dieses Hinzu. Bau dir ein Ziel, mal dir ein Vision Board und bla bla bla. Ich finde, wenn du in der Krise sitzt, dann hilft dir diese Rot gar nicht, weil mein Vision Board hat mal gerade so gar nicht funktioniert, das sieben Millionen Unternehmen. Und ich mag Minus-Motivation. Ich mag die Weg-von-Motivation. Warum? Ich glaube auch, dass sie sehr wirkungsvoll ist. Ich habe mich in dieser Phase gefragt, warum soll ich eigentlich durchhalten? Komm, ich hatte eine GmbH, liegt eine Insolvenz in 25.000 weg, was soll's? Aber als Geschäftsführerin habe ich eben auch privat gehaftet und mein Hof wäre weg gewesen. Und den Hof habe ich mir vor 15 Jahren leisten können, auch über die ganze Arbeit. Und mein Horrorszenario war, ich habe ein ganz, ganz schwer misshandeltes Pferd. Wirklich schwerst misshandelt, das will ich hier gar nicht ausbreiten, weil es viel zu schlimm ist. Dieses Pferd hat keinen Menschen an sich gelassen. Mein Mann war irgendwann so verzweifelt, weil ich so verzweifelt war, und hat gesagt, ich schieße dieses Pferd, bevor es dich umbringt. Also die hat wirklich, die hat mich angegriffen, die ist mit mir an die Wand gerannt. Die hat mich im Pferdenhänger eingequetscht, sodass mein Arm gebrochen war. Es war eine Katastrophe. Und ich habe nach vielen, vielen Jahren Arbeit dieses Pferd auf meine Seite gekriegt, die hat sich nachher für mich hingelegt und alles. Und ich habe dann gedacht so, wenn ich jetzt versage, wenn ich jetzt aufgebe, hatte ich vor meinem inneren Bild immer einen grünen LKW, der vom Hof fährt. Ach, wie immer ein Kloß bei Malz. Und dieses Pferd steht da draußen und dreht sich um und guckt mich an. Und dann habe ich immer gesagt, das darf ich nie zulassen. So habe ich mich im Übrigen auch über die Corona-Krise hinweggesettet. Weil ich gesagt habe, egal was, du musst und du willst Lösungen finden. Weil dieses Minusbild war so stark für mich. Dass ich gesagt habe, auf gar keinen Fall lasse ich das zu. Und das ist auch mein Antrieb bis heute. Ich lasse nie zu, dass mir mein Hof, meine Tiere, dass mir das irgendwie genommen wird. Und dafür werde ich campen wie ein Derwisch. Und in der Corona-Zeit habe ich hier einen Campingplatz aufgemacht, um Geld zu verdienen. Und habe Reitunterricht gegeben. Also ich glaube, dass wir eine gute Kombination haben aus dem Hinzu, was Spaß macht. Mal dir auch mal ruhig das Horrorszenario aus. Was ist der schlimmste Fall? Dann überlege dir gut, bist du bereit, diesen schlimmsten Fall zu akzeptieren? Oder hast du auf einmal doch wieder Kraft zu kämpfen? Weil aus meiner Sicht geben viele einfach zu früh auf. Ich wollte so oft in meinem Leben schon aufgeben. Ich bin so oft schon gestruggelt und gefallen und habe Fehler gemacht und dummes Zeug gemacht. Aber dieses Bild hat mir immer wieder gesagt, so, egal wie traurig du gerade bist, egal wie müde du gerade bist, du bist nicht bereit aufzugehen. Und das bin ich bis heute nicht. Ja, sehr, sehr schönes Bild. Also sozusagen auch seinen eigenen Referenzraum zu setzen, was dann Erfolg bedeutet, beziehungsweise was einem wirklich wichtig ist. Ganz genau, das ist es. Was bist du bereit dafür zu tun? Und da, also für meinen Hof tue ich schon so einiges. Ja, sehr gut. Ist das sozusagen für dich auch ein guter Gradmesser zu sagen, weil immer höher, schneller, weiter? Du hast das gesagt, wir wollen natürlich immer wachsen und wir brauchen es auch, das Wachstum in den Unternehmen, aber auch für sich klarzumachen, was sind wir wirklich? Und was will ich wirklich auch für ein Unternehmen haben und was will ich führen? Ganz genau. Und auch, welchen Preis bist du bereit für den Wachstum zu bezahlen? Ja, also manchmal ist es ja klüger zu sagen, ich habe jetzt meinetwegen zehn Mitarbeitende, mit denen mache ich Umsatz X und damit sind wir alle safe und sicher. Oder sage ich, nee, jetzt baue ich 100 Mitarbeitende auf, damit habe ich den Umsatz, aber vielleicht bleibt am Strich unten gar nicht so viel über. Also alles nur auf das Wachstum zu begrenzen, ist mir zu trivial, weil Unternehmen sind wie Familien und das ist ein Organismus und der lädt. Und wenn ich nur sage, wir müssen wachsen, wachsen machen, diese alten Motivationssprüche, ich kann sie kaum mehr hören, die alle wächst, wenn du sie erreicht hast, weil sie nicht hoch genug. Also wenn ich das höre, kann ich nicht so viel essen, wie ich brechen möchte, weil es viel mehr Faktoren gibt, außer nur Wachstum. Es gibt die Faktorenwerte, es gibt ja auch deinen Faktor, deinen persönlichen, von jedem Mitarbeitenden und von dir, was brauchst du denn, um dich wohlzufühlen? Und leg doch mal die Kriterien fest, woran du eigentlich erkennst, dass du das Ziel erreicht hast und was zur Hölle ist eigentlich so schlimm daran, zu sagen, da wo ich bin, bin ich total wohlzufrieden. Wenn die Leute zu mir kommen, Dani, du könntest noch so viel mehr, will ich aber doch gar nicht. Wenn ich jetzt noch mehr Fernsehen machen würde, was würde das für mich bedeuten? Ich könnte mich vielleicht nicht mehr so frei bewegen. Ich müsste vielleicht auf Instas, Social Media und Co. viel mehr Shitstorm aushalten. Ey, mir reicht das schon, was ich habe. Das macht was mit mir, ich will nicht mehr. Warum kommt denn irgendjemand und sagt, du musst aber wachsen? Warum kann ich aber sagen, ich will das, was ich habe, stabilisieren? Und warum darf ich nicht einfach mal halten? Und wieso kann ich auch manchmal eigentlich klein und fein sein, ein Fortschritt sein? Ich habe meine Firma ja zum 1.1. verkauft. Ich hatte da zuvorzeiten 17 Mitarbeitende. Jetzt habe ich also eine Mitarbeitende noch. Und ich fühle mich super. Ja, nach außen hat mir letztens jemand gesagt, Dani, du warst schon auch mal erfolgreicher. Finde ich nicht. Ich finde, ich bin gerade so erfolgreich wie noch nie, auch wenn ich viel kleiner bin. Ja, absolut. Also ich hatte das schon oft im Podcast, die Definition über die Anzahl der Mitarbeiter, die für Erfolg bestätigt ist, finde ich immer sehr, sehr spannend, weil die kosten auch verdammt viel Geld und viel Zeit. Das ist auch so eine geile Zahl, ne? Hilft gar nichts. Nee, überhaupt nicht. Also von daher finde ich es sehr spannend. Und jetzt sagst du ja halten, aber jetzt hast du sogar noch losgelassen an der Stelle, an der Firma. Was hat dich dazu bewegt? Also du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass wir jetzt in unserem LKW auf Weltreise gehen. Ja genau, das wäre jetzt die Überleitung gewesen. Genau. Was hat mich bewegt, loszulassen? Also ich lasse den Hof los tatsächlich. Es kommt meine Nichte, zieht zu oft den Hof. Also der ist immer noch in guten Händen. Das ist ja wichtig. Ja, immer noch in guten Händen. Die bleiben alle hier, genau. Ohne das würde ich gehen. Die Tiere bleiben alle hier. Meine Pferde kommen zu einer ganz lieben Freundin von mir, die sich um die Tiere kümmert, aber sie bleiben mein Eigentum. Und wir fahren tatsächlich los, so wie es die Firmen meines Mannes erlauben, dauerhaft und oder mal immer wieder zwischendurch hier in Deutschland. Und was ich jetzt sage, soll nicht dispektierlich klingen. Ich habe für mich alles Berufliche erreicht. Und ich glaube, dass dann irgendwann dieser Punkt kommt, gehabt haben, befreit von haben wollen. Nein, es gibt kein Ziel mehr beruflich, das mich so kickt, dass ich sage, und jetzt brenne ich nochmal komplett durch im Kopf. Nee. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich nicht mehr so richtig, also Lust schon noch zu den Vorträgen, aber ich war nicht mehr aufgeregt. Ich habe mich nicht mehr hingesetzt vor dem Vortrag, habe alles aufgeschrieben, obwohl ich ihn schon eine Million Mal gehalten habe. Das habe ich sonst immer gemacht. Und ich merkte so eine Müdigkeit. Und jetzt war ich ja fast ein Jahr raus und halte jetzt die Vorträge anhand der Globetrotter-Strategie, also was wir von Weltenbummler lernen können für Führung, Verkauf, Persönlichkeit. Und da merke ich, es macht mir wieder richtig Spaß. Ich habe Lust darüber zu erzählen, die Bilder zu zeigen, wie wir uns festgefahren haben, wie wir andere gerettet haben und das dann so übertragen, festgefahrene Kommunikationsstrategien auflösen. Und ich merke einfach, es kommt wieder die Energie in mich rein. Dazu habe ich noch Lust und ich möchte die Welt gerne entdecken. Und vor allen Dingen möchte ich mir erlauben, ja, einfach nur Mensch zu sein. Ich habe mich von jetzt, dieses blöde Bild von ganz, von sehr weit unten sehr hoch gearbeitet. Und das habe ich gemacht mit sehr viel Selbstdisziplin, mit auch manchmal Selbstgeißelung. Du musst immer dünn sein, du musst immer perfekt angezogen sein. Im Fernsehen und on stage, das ist natürlich schon ein Druck. Genau. Und jetzt mir zu erlauben, ja Gott, dann habe ich ja seit fünf Kilo mehr. Und ich gehe jetzt in der Bühne in Outdoor-Klamotten, weil es viel besser zu meinem Thema passt. Ich liebe es, wenn wir in unserem LKW unterwegs sind, einfach wochenlang ungeschminkt zu sein, weil eigentlich jetzt dieser Teil in mir leben darf, den ich viele Jahre unterdrückt habe, nämlich die kleine Dani, das ist Bauernmädchen, das einfach gerne, gerne einfach nur isst und ohne sich beweisen zu müssen. Und ich bin auch ein bisschen müde, immer bewertet zu werden. Ich wurde jetzt über Jahrzehnte bewertet. Und ich mag es jetzt einfach im LKW zu sitzen und wenn wir mal Nachbarn haben, was selten passiert und die mögen mich nicht oder ich die nicht, dann fahren wir einfach weiter. Sehr schön. Das klingt gut. Und ich übertrage das jetzt nochmal auf andere Unternehmer, die mir dann so begegnen, die, weiß ich nicht, mit 70 plus dann noch ihren Laden führen, weil sie vielleicht keine andere Aufgabe für sich finden. Aber dieses Loslassen und also wir sprechen ja auch dann von Freiheit und als Unternehmer sind wir ja, ich schließe mich jetzt mit ein, ist Freiheit nur relativ. Das heißt, wir versuchen sie uns in kleinen Momenten. Also wir haben jetzt hier im Podcast ja auch die Kollegen mit dem Motorrad, die haben sehr viele Unternehmer, weil dann fühlen die sich beim Motorradfahren plötzlich mal frei und kommen wieder in der Firma an und dann geht es wieder von vorne los. Also du hast jetzt mal die Freiheit gewählt und die Neugierde auf was Neues, um dich auch vielleicht nochmal selber anders kennenzulernen? Genau, genau. Ich möchte wissen, wer bin ich ohne Erfolg? Ich möchte wissen, wer bin ich ohne all das drumherum? Und da freue ich mich total darauf, das zu entdecken. Ja, sehr gut. Und was entdeckst du da? Also ihr habt schon ein paar Touren gemacht an der Stelle, also weil so ein Auto, habe ich gelernt, muss man ja kennenlernen. Ja, genau. Wie geht so ein Reifenwechsel? Also nicht einfach mal losfahren. Das wird dann spannend, je nachdem, wo man ist. Das wird, wenn du in Algerien stehst und du weißt nicht, wie du Reifen wechselst, ja. Ja, genau. Aber was sind denn auch für, auch wenn da jetzt dann vielleicht nicht viele Menschen sind, aber es sind natürlich auch Begegnungen mit Menschen dabei an der Stelle. Was lernt man da? Also für uns war ja die, also mein Mann und mich, wir reisen ja mit unseren fünf Hunden in dem Lkw. Also ohne Tiere geht es dann auch nicht, ne? Ohne Tiere geht es nicht, nein. Nicht ohne meinen Hund. Genau, nicht ohne meine Hunde. Hunde, ja, ist noch besser. Und das Prägendste war für mich eigentlich, mich selber zu erkennen. Wir hatten eine Tunesienreise vor zwei Jahren und ich habe eigentlich immer gedacht, ich bin super offen und freundlich und kommunikativ und wir hatten so eine Situation. Wir standen am Kolosseum in Tunesien und es hat an der Tür geklopft. Und ich war so ein bisschen so, ja, passiv-aggressiv möchte ich immer sagen, mit der Femininien schon wieder was verkaufen. Und reiße also auch mit dieser Energie die Tür auf und dann steht ein super freundlicher Mann vor mir mit so einer Art Tupperdose, richtig groß, in der Mandelcreme war. Mandeln sind in Tunesien total teuer. Und er hält mir also einfach diese Mandelcremedose entgegen und sagt, das hat meine Frau für euch gemacht. Und die hat mich auch geschickt, denn ihr sollt morgen gut frühstücken, damit ihr einen guten Tag hier beim El Jem, also bei diesem Kolosseum habt. Und ich habe gesagt, ich spinne mir, ist fast alles ums Krieg gefallen. Und dann habe ich gesagt, willst du Geld dafür? Sagt er, nein, natürlich nicht. Das ist ein Geschenk und ich möchte nur, dass ihr unser Land gut kennenlernt. Und das hat mich so berührt und erschrocken. Und zwar erschrocken über mich, wo ich mir gedacht habe, oh, wer bin ich denn geworden? Und eine zweite Situation war, wir hatten uns verfahren in den Bergen und haben keinen Platz gefunden, wo wir übernachten können. Und jetzt muss man sich nur mal vorstellen, in Deutschland würden Ausländer bei euch an der Tür klopfen, abends um neun, mit einem Wohnmobil oder mit einem LKW, mit fünf Hunden, davon sind zwei sogenannte Kampfhunde. Und die würden dann sagen, guten Abend, wir haben uns verfahren, dürfen wir über den Vorgarten schlafen. Also so schnell können die Polizei gar nicht ankommen, wie sie sein soll. Und du lädst sie dann noch zum Essen ein und sie durften natürlich reinkommen. Und wir wurden das Essen eingeladen und durften das Badezimmer benutzen. Und da habe ich gedacht, Mensch, ich möchte in meinem Leben was verändern. Und so ist das entstanden. Okay, wunderschön. Was würdest du denn jetzt aus diesen, sind ja schon erste Lehren und du hast ja gesagt, ab und zu hältst du dann auch noch einen Vortrag. Aber dann jetzt mit diesem Thema, wenn es wirklich Spaß macht. Was würdest du jetzt Unternehmern, Führungskräften noch mal mitgeben in diesem Selbsterkennen? Weil natürlich spielen wir alle auch gewisse Rollen in den verschiedenen Systemen, in denen wir unterwegs sind. Und dann ist natürlich auch nicht immer so einfach, jetzt so ganz offen, ganz wirklich authentisch zu sein. Aber was würdest du denen mitgeben? Wie wichtig ist das auch, wenn man sich da nicht selbst vergessen will oder in einer falschen Rolle spielen? Ja, jetzt mal ganz unabhängig von den Erlebnissen, die das nur unterstreichen, wissen wir ja aus der Wissenschaft, das wahre Führungshaltung ist nicht das Verhalten, sondern wahre Führungshaltung ist ja die Klarheit der Emotionen. Und deswegen sage ich immer, wenn ich Führungskräfte coache, das Erste, was du lernen musst, ist Klarheit der Emotionen. Und das ist auch das, was wir auf den Reisen so lernen. Das heißt, wenn wir gerade selber nicht wissen, nehmen wir das Corona-Beispiel, wo wir alle, alle morgens nicht wussten, welche Regel nachmittags gilt. Ich habe dazu Forschung gemacht im Rahmen meiner Masterarbeit. Da war das Wichtigste, zu überlegen, wem sage ich wann, was, in welcher Form und aber auch offen zu sagen, das ist der Stand bis jetzt. Wir wissen nicht, ob das nachher noch so gilt. Also schon die Klarheit der Emotionen. Aber auch zu seinen Mitarbeitenden zu sagen, mich macht das gerade wütend. Ich muss dadurch ja nicht hysterisch oder järzhörig werden, aber die Klarheit der Emotionen schon zu formulieren, oder das enttäuscht mich, oder ich bin gerade traurig. Ich glaube, dass das der Schlüssel für gute Führung ist. Klarheit und auch eine gewisse Härte kombiniert mit Konsequenz, das meine ich die Härte. Aber dann eben auch diese Emotionsklarheit zu sagen, das ist das, was ich gerade fühle. Und was wir alle lernen dürfen, alle. Auch ich darf das noch jeden Tag trainieren, ist, wir sprechen alle über die Diversity, Diversität und Offenheit. Und dann müssen wir doch mal ehrlich sein, wie offen sind wir denn, wenn eine Kassierin ein Kopftuch umhat oder wir in der Kantine als Unternehmer auf einmal Halalgerichte anbieten müssen oder Koschergerichte. Wir sind nicht so offen. Da sage ich mal, fang mal an, deine Zahnpasta-Marke zu wechseln. Und wenn du da mit dieser mutigen Aktion durchgekommen bist, dann nimm doch mal jeden Tag einen anderen Weg zur Arbeit. Und dann begegne doch mal den Menschen tatsächlich mit dem Gedanken, spannend, ich möchte dich kennenlernen, weil ich dich nicht verstehe. Ich verstehe in der Welt ganz viel nicht. Ich verstehe viele Kriege nicht. Aber was machen wir, damit es einfacher ist? Wir machen Raster auf und das machen wir auch in der Führung. Der Mitarbeiter ist gut, der ist schlecht. Anstatt mal hinzugehen, warum verhältst du dich denn so? Was sind deine Beweggründe? Ich will dich verstehen und ich will von dir lernen. Und das geht allzu häufig unter. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist für viele Mitarbeitende in Fluktuationen und für viele Mitarbeitende in Unzufriedenheit, für hohen Krankenstand. Wir machen dann Jahresgespräche, die uns irgendein Coach, jetzt muss ich mal selber ins Nest spucken, irgendeine White-Farben gegeben hat und lesen den dann ab und fragen nicht genau nach. Also wir hätten da schon viel Potenzial. Und jetzt kommt die Kurve zur Reise. Vielleicht einfach mal an der Tür des Menschen zu klopfen und zu sagen, was kann ich eigentlich tun, dass du morgen einen guten Start in den Tag hast? Möchtest du machen? Sozusagen jede Situation vielleicht auch besser hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. So ist es. Und das braucht aber dann wirklich echtes Interesse an den Menschen, an ihren Bedürfnissen. Dabei aber gleichzeitig nicht die Unternehmung und auch die Zielsetzung der Unternehmung aus dem Blick zu verlieren. Das ist ja unsere Hauptaufgabe. Sicherung des Unternehmens, damit wir Menschen Existenzen bieten können. Genau. Sehr gut. Wahnsinnig viel mitgenommen hier in dieser kurzen Podcast-Reise, die wir jetzt hier zusammen hatten. Du bist natürlich auch im November dabei, wenn es dann nochmal auf die Bühne geht. Also ein ganz besonderer Auftritt für alle, die da dabei sein dürfen. Denn so oft sieht man dich ja nicht mehr. Ich bin gespannt auf die Outdoor-Klamotten. Das freut mich auch schon sehr. Aber vielleicht zum Abschluss unserer Folge hier nochmal so ein ganz konkreter Ratschlag für Unternehmer. Du hast jetzt sozusagen diesen Weg geschafft. Du sagst, okay, ich habe diese Karriere gemacht. Ich habe das alles erreicht. Und jetzt will ich mich nochmal selber finden. Und ich nehme mal Freiheit und Authentizität in der Führung als jetzt ein wesentliches Thema. Jetzt bin ich Unternehmer. Jetzt habe ich den Podcast gehört. Und sagst so, geil, aber die Weltreise, das kann ich jetzt nicht machen. Dani, sag mir doch mal, was ist denn jetzt der erste Schritt für mich, wie ich nochmal selber näher an mich rankomme? Also das allererste ist, finde mal deine eigenen Gedanken. Was macht dich denn glücklich? Was gibt dir Antrieb? Also was ist dein Grund, warum du morgens aufstehst? Der muss erstmal für dich klar sein. Dann, ja, plane die Route deines Unternehmens. Plane sie und lass dir immer Zeit für die Umwege. Denn oft sind die Umwege, die uns manchmal nerven, die Autobahnsperrung, der Stau, sind die, die uns die schöneren Wege zeigen. Und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, ich glaube, wir in Deutschland sind zu Risikomanagement orientiert, dass wir alles absichern wollen. Das kannst du als Globetrotter nicht. Die Frage ist nicht, ob du dich festfährst, sondern nur wie oft und wie schwer. Das wird auch mit unseren Unternehmen so sein. Wir werden immer eine Welle haben, dass wir uns mal irgendwie festfahren und dass wir da gar keine Angst vor haben, sondern einfach sagen, okay, wir sind jetzt schon so krisenerprobt. Jeder, der schon 20 Jahre seine Firma hat, der hat schon Finanzkrisen mitgemacht. Wir haben eine Virenkrise mitgemacht. Wir haben so viele Krisen schon mitgemacht. Nimm diese Ressource und sag, hey, ich war schon so oft festgefahren, ich weiß genau, welche Sandbleche ich rausholen muss. Und wenn nicht, dann frage ich andere. Oder ich probiere einfach aus. Manchmal ist es auch das. Ich glaube, was wir wieder viel mehr brauchen, ist der Mut zu fehlern, der Mut, sich festzufahren, um in diesem Bild zu bleiben und dann zu sagen, ich verliere ja nicht, ich lerne ja nur. Und ja, die Zeiten sind vielleicht gerade schwer, aber da halte ich es gerne mit dem Motto von Pipi Langstrumpf, die auf dem Schiff sitzt und es kommt ein Sturm auf und Annika sagt, Pipi, der Sturm wird stärker und Pipi sagt, macht nichts. Ich auch. Und so ist es ja im Leben, egal ob wir reisen oder das Unternehmen und so Reise ist, keiner mag sich gerne festfahren, keiner mag gerne eine Krise haben. Sie kommen und dann musst du sie lösen. Das ist einfach unser Job. Und daran gilt es nicht zu verzweifeln, sondern daran gilt es zu wachsen und zu sagen, ehrlich gesagt, die festgefahrenen Situationen geben die geilsten Erinnerungen später. Und das ist auch das, was uns am meisten nach vorne bringt. Und in diesem Sinne würde ich einfach sagen, lass es auf dich zukommen. Du kannst nicht alles im Vorfeld lösen. Vertraue deinen Fähigkeiten, du kommst schon raus. Aber mit dem richtigen Mindset und der Resilienz-Erfahrung, die wir sozusagen haben und aufgebaut haben, geht es dann auch weiter voran. Herzlichen Dank für diese kleine Podcast-Reise, die wir heute haben durften. Ich wünsche dir, sagt man dann allseits gute Fahrt, würde ich jetzt mal so mitgeben an der Stelle. Unterm Blech. Okay, sehr gut. Und wir sehen uns dann in Chemnitz an der Stelle. Herzlichen Dank für die wirklich tollen Einblicke und auch für diese persönlichen Geschichten. Ich danke dir ganz herzlich. Danke für die tollen Fragen. Tschüss. Danke, ciao.